Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eine Maus! Kannst du dich auch so klein machen wie eine Maus? Kaure dich zusammen, gut so. Nun bist du winzig wie ein Mäuschen. Wer ist groß, hat einen rüsseldicken Bauch. Dieses Tier, das kennst du auch. Ein Elefant! Bist du auch ein großer Elefant? Das schaffst du, den Rücken hoch hinaus. Hast du Fantasie? Dann sag mir fix, die zwei vereint ergeben welchen Mix? Eine Elefantenmaus! Abwechselnd bist du klein wie eine Maus und dann groß wie ein Elefant. Klein und groß. Rücken hoch, Rücken runter. Hoch und runter. Gehörst du etwa zu den Kindern, die viel zu viel sitzen und rumfaulenzen? Mit der Elefantenmaus stärkst du deine Rückenmuskeln, damit sie dir auf keinen Fall wehtun. Übe am besten noch ein wenig weiter. Kommt ein Sahne mit! Im Theos zappe, zappe, schritt! Kommt ein Sahne mit! Im Theos rückte, schütte, schritt! Kommt ein Sahne mit! Im Theos hippe, hoppe, schritt! Kommt ein Sahne mit!